Oft kommen auf diesem Kanal die vielen Strecken und Verbindungen zur Sprache, die Bahnunternehmen regulär anbieten. Über 5000 Kilometer Schienen werden allein in der Schweiz tagtäglich benutzt. Mehr als 38.000 Kilometer Gleis ist in Deutschland verlegt. Zu kurz kommt aber oft, dass all diese Gleise und ihr rundherum auch gepflegt werden müssen. Denn schließlich ist es wichtig, dass alle Strecken jederzeit vollständig einsatzfähig und sicher sind. Ohne die notwendige Sorgfalt würde sonst beispielsweise innerhalb weniger Jahre die Natur überhand nehmen, den Bahnverkehr deutlich erschweren und irgendwann sogar ganz zum Erliegen bringen. Deshalb beschäftigen wir uns in diesem Beitrag, unterstützt durch Müller Gleisbau, damit, wie Grünpflege an Bahnstrecken eigentlich funktioniert, welche Technik dafür benötigt wird und wie man bei dieser Thematik auch auf die Umwelt achtet. Müller Gleisbau AG, ein Unternehmen der Müller Frauenfeld AG, ist als Dienstleister für Arbeiten an und rund um das Gleis in der ganzen Schweiz unterwegs und bekommt Aufträge von SBB, BLS, Rhetischer Bahn, Appenzeller Bahnen, der Südostbahn und weiteren Bahnbetreibern. Deshalb kennt man sich bei Müller ausgezeichnet mit der Thematik Grünpflege, aber auch mit den Themen Forst und Biodiversität aus. Grün und Forst, das ist das Kerngeschäft von Müller Gleisbau schon seit vielen Jahren. Was beinhaltet Grün und Forst? Wir bringen in unserer Abteilung vor allem Dienstleistungen für Grosskunden und kleine Kunden, d.h. für viele Bahnen. Wir sind sehr, sehr spontan unterwegs, d.h. wir haben sehr viele kurzfristige Anfragen, kurzfristige Einsätze, wir haben aber auch die Ordnungsplanung. Unsere Spezialität ist sicher, wir sind flexibel, wir können schnell reagieren, wir sind langjährig, unsere Kunden kennen uns und so haben wir das, dass wir eine gute Qualität abliefern. Qualität ist uns sehr wichtig, damit die Kunden zufrieden sind. Für all diese Arbeiten werden natürlich zuallererst die richtigen Maschinen benötigt. Deshalb besitzt Müller Gleisbau zwölf Fahrzeuge des Typs Energreen mit 7,5 bis 10 Meter Auslegern, die sich durch ihre Geschwindigkeit und Flexibilität auszeichnen. 2.500 bis 3.000 Quadratmeter Wiese können mit den wendigen Zweiwegefahrzeugen in der Stunde gemäht werden. Unterschiedliche Anbauteile wie Mähwerke, Messerbalken, Wurzelstockfräsen, aber auch eine Forstzange sorgen für ein breites Einsatzspektrum im Sommer wie Winter. Außerdem fahren die Energreen sowohl auf schmal- als auch auf Normalspurgleisen. Aber Müller hat auch noch größeres Gerät im Einsatz. Neben dem Saugmäher Graziella auf der Basis eines MAN-LKW, über den ich bereits im Video zu Zweiwegerfahrzeugen berichtet habe, gibt es ganz neu auch einen Zweiweger Unimog als Mähgerät. Er wurde auf Basis des Nutzfahrzeuges von Mercedes-Benz komplett im Hause Müller-Technologie entwickelt und verstärkt ab diesem Jahr die Flotte von Müller-Gleisbau. Auch der Zweiweger Unimog ist gemeinsam mit seinem Zweiweger-Anhänger ein Saugmäher. Er saugt also das Mähgut gleich in den Anhänger mit 28 Kubikmeter Fassungsvermögen ein. Auch hier zeigt sich wieder die Innovationskraft des mittelständischen Schweizer Unternehmens. Denn das 300 PS starke Gespann ist der erste und bis dato einzige Saugmäher Europas, der sowohl auf der Straße als auch auf Schmalspur und Normalspur fahren kann. Der Mähausleger mit einer Länge von 7,5 Metern sorgt dafür, dass auch steilere Böschungen und breite Grünstreifen gut erreicht werden können. Doch wie läuft nun der Prozess des Mähens entlang einer Bahnstrecke ab? Zuallererst muss natürlich in Absprache mit den Bahngesellschaften die Strecke in den betroffenen Abschnitten gesperrt werden, um höchstmögliche Betriebssicherheit zu gewährleisten. Weil dadurch der Bahnbetrieb behindert wird, finden die Arbeiten normalerweise nachts statt, wenn weniger oder gar keine Züge unterwegs sind. Ist das geschehen, werden die Zweiwegefahrzeuge an geeigneter Stelle aufgegleist und die Mäharbeiten können beginnen. Ob mit einem Saug- oder Mulchmäher gearbeitet wird, hängt vom Auftrag der Bahnunternehmern ab. Wenn das Grobe mit den großen Maschinen getan ist, drücken die Handgruppen an, um die Feinarbeit zu erledigen. Hierbei wird zum Beispiel rund um Pfähle oder Signale gemäht, wofür den großen Maschinen einfach die Präzision fehlt. Auch fernsteuerbare Geräte wie den Mähroboter Irus verwendet Müller. Sie kommen vor allem dort zum Einsatz, wo eine Zufahrt mit großen Fahrzeugen schwierig wäre oder wo die Mäharme von Schiene oder Straße aus nicht hinreichen. All diese Arbeitsschritte werden je nach Auftrag pro Strecker ein- bis zweimal im Jahr durchgeführt, um den Bewuchs der angrenzenden Wiesen und Böschungen nicht zu hoch werden zu lassen. Aber es gibt noch weitere Dinge, die zum Erhalt einer Bahnstrecke beitragen. So muss zum Beispiel regelmäßig das Unkraut im Gleis entfernt werden. Hierfür wurde das umweltfreundliche System Railax entwickelt. Dieses entstand in einer Zusammenarbeit von Müller-Technologie mit dem österreichischen Unternehmen Keck-Ex. Mit Railax wird Unkraut einfach mit Heißwasserdampf vernichtet und so für eine pestizidfreie Unkrautentfernung gesorgt. Auch neben den Gleisen wird Unkraut selten gern gesehen. Deshalb entfernen die gut geschulten Handgruppen Neophyten wie das schmalblättrige Kreiskraut oder das Berufskraut mit der Hand und entsorgen es dann fachgerecht. Ebenso wie wildes Gehölz im Schotterbereich. So kann die Wiese mit ihren Blumen und Gräsern wieder gedeihen. Außerdem entfernen die Handgruppen auch weggeworfenen Müll im Gleisbereich und in der angrenzenden Natur. Mit anderen Worten, wenn die letzten Arbeiter wieder abziehen und das Mähen abgeschlossen ist, dann geht es auf dem Rundherum der Bahnstrecke besser als zuvor. Und im Winter, wenn keine Mäharbeiten anliegen, kümmert man sich um die Sicherheitsholzerei entlang der Bahnstrecken. Dann werden Büsche an den Bahnanlagen zurückgeschnitten und Bäume gefällt, die vielleicht zu nahe am Gleis stehen. Die Äste können dann gleich an Ort und Stelle gehäckselt werden oder gehen zur Wärmeerzeugung in einer Holzfeuerung. Wusstet ihr, wie viele Arbeiten an der Natur rund um Bahnstrecken gemacht werden müssen? Lasst uns das dort in den Kommentaren wissen. Wie schon erwähnt, ist Müller auch der Umweltschutz ein großes Anliegen. Und gerade weil die Bahn eines der klimafreundlichsten Verkehrsmittel ist, sollte auch bei den Arbeiten rund um Züge und Gleisanlagen auf Klimaverträglichkeit geachtet werden. Deshalb stellt das Unternehmen sukzessive seine Handarbeitsgeräte von Benzin auf Strom um. Schon jetzt werden Gebläse, Heckenscheren, Freischneider und Motorsägen mit Akku verwendet und in Zukunft sollen es noch mehr werden. Auch das Thema Biodiversität ist Müller-Gleisbau sehr wichtig. Ein essentieller Ansatzpunkt, um Biodiversität zu erhalten und zu fördern, ist die Erhaltung unterschiedlicher Lebensräume. Dass diese Überzeugung für biologische Vielfalt auch gelebt wird, beweisen zahlreiche Innovationen, beispielsweise ein eigenes Biodiversitätsmähwerk, bei dem weniger Gras aufgesaugt wird. Damit bleiben Bodeninsekten und wichtige Samen für Blumenwiesen an den Mähorten liegen. Oder die Tatsache, dass der Grünschnitt bei den Saugmähern nicht vom Boden aufgesaugt wird, was viele Bodenorganismen aus dem Gleichgewicht bringen würde, sondern durch eine Förderschnecke in den Schlauch gelangt und dann in den Behälter gesaugt wird. Manchmal wird das Mähgut auch einfach einige Tage liegen gelassen und erst später eingesaugt, damit Insekten sich vorher noch umsiedeln können. Sämtliches Grüngut wird im Anschluss fachgerecht entsorgt und für die Erzeugung erneuerbarer Energien genutzt. Wir sehen also, dass es auch abseits des eigentlichen Bahnbetriebs eine Menge zu tun gibt, wovon der normale Reisende in der Regel überhaupt nichts mitbekommt. Trotzdem sind diese Arbeiten unerlässlich, damit die Infrastruktur leistungsfähig und zuverlässig bleibt. India Schweiz unterstützt dabei gerne Müller Gleisbau und steht für Anfragen selbstverständlich zur Verfügung. Das war's mit diesem Beitrag, danke fürs Zusehen und bis nächste Woche.